egal tarion verhungert mal wieder dabei ist seine energie doch voll oder verbraucht das kräuter züchten auch energie das wäre ein bisschen doof egal wir haben jetzt glaube ich uns wieder die knochen gebrochen und ich habe den kleinen heidrank verschwendet na gut kriegst den großen sie hat sich auch die füße gebrochen macht nix wir haben einen blauen kristall hier um die ecke der auch schon wieder aktiv ist lp 0 9 5 so licht aufpassen was ich wo ich hinlatsche da fehlt noch okay dann heißt das hier sollten wir gar nicht zu machen stimm das jetzt so so wir können hier wir können den drücken wir können den drücken können den drücken aber wir können nicht geradeaus gehen das ist wiederum doof okay das heißt das müssen wir gedrückt lassen wir müssen aber das hier frei kriegen das kriegen wir glaube ich so frei oder so wir können den drücken den drücken können hier den drücken und den drücken ok da würde ich sagen fangen wir hier an so 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 und durch ja polix hand to hand die happy weapon brauchen wir nicht boyd crack beetle aber wir kriegen mal wieder delikatessen zu essen und in den nächsten stock der pyramide jetzt wollte ich doch mal gucken 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 bingo sind wir jetzt eingesperrt oder können wir immer noch zurück gehen wir können immer noch zurück gehen gut und dann wollen wir hier runter klettern aha da öffnen wir den weg in den hauptraum und da haben wir den kristall der kommt schon mal wie gerufen wow wer bist denn du haben wir die medusa gefunden du gehörst aber eigentlich in die griechische mythologie nicht hierher wow du kannst definitiv garantiert versteinern steinern äh äh weapon gel ist nicht so gut wow oh hi immer noch weapon jam trifft endlich mal genau mach schaden mit deiner waffe wow so sind wir euch auch los du brauchst was zu essen dann kriegst du ein beatle wo ist er da ist er so hier wäre der weg nach oben wieder aber jetzt erst einmal gucken was die mimik zu sagen hat die ist hoffentlich nicht so stark die mimik ja die hält sich in grenzen au okay sie hat uns nicht erwischt die schreit trotzdem mal au spirit walker pendant energy plus 50 hm ist nicht schlecht können wir bloß noch nichts mit anfangen das behalte ich mal für den fall dass wir den seinen sarg finden wo er wo er gesechsteilt wurde weil ich glaube kaum dass damit ähm die letzte sarg kammer hier oder hier gemeint war obwohl oh die türen sind wieder zugegangen ja durch das teleportieren gehen wo die türen wieder zu äh da 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 bring uns mal da rein können wir uns bei der gelegenheit auch gleich nochmal heilen und speichern und ja auch wenn die pyramide leichter ist als die der friedhof einiges leichter will ich hier trotzdem kein risiko eingehen so das heißt hier müsste das nicht gewesen sein sondern hier ne hier war nichts hier haben wir auch nichts drauf abgelegt ah das moonblade kann ich mal wieder mitnehmen so das ist nämlich doch ein bisschen besser als das alte schwert so hier sind nur vier särge nö mirror gauntlets für buchholte hedonist six vessels also ich muss einen raum finden mit sechs särgen äh falsch hier müsste das ding jetzt wieder geschlossen sein genau ne also wenn ich einen ort mit sechs särgen finde dann weiß ich dass das der richtige platz ist so jetzt aber erst mal wieder hier nach oben kommen so so der weg nach oben ist ja hier genau und hier oben können wir noch mehr von diesen medusen begegnen top of sacrifice also grabkammer der opfer oder opferung grabkammer des anbietens äh äh etwas brot kannst du essen ein super teleporter rätsel und da war gerade wieder so eine tür noch ein dietrich leiser tonne stick sehr schön kandierte leiserts äh ups oh hallo äh das ist nicht so toll obwohl es geht so du mach dir eine healing potion und wir sollten wirklich demnächst mal wieder so attributstränke machen mit den ganzen kristall dingern die wir noch haben hey kumpel oh das ist jetzt nicht so schön du gib mal anti venom an ihn weiter ähm sie wurde jetzt auch am fuß verletzt das ist nicht so schön äh äh wo ist das letzte anti venom da gut äh so und weg mit dir so gut da ist ein ausgang ok da ist ein weg zurück die sicherheitshalber neues licht aktivieren oh hallo schlange du bist noch verletzt irgendwo so essen ist immer gut und ja ich muss ehrlich sagen ich finde diese mondklinge gleich mal so schlecht auch wenn es keine stärke waffe ist sondern eine Dexwaffe safikakis ja nehmen wir einfach mal mit bist du ein madertrank ok wir haben so viele madertränke ich glaube ich gehe mal wieder auf eiszauber ok da bin ich runtergeplumpst da dürfte es wieder nach oben gehen ja hey cool ich sehe da hinten einen gem gut hier sind die beiden katakomben hier ist ein gem und wenn ich hier überall runter plumpse lande ich nur hier überall ich weiß gerade gar nicht wo bin ich runter gefallen ah cool bringt mir noch nichts oh jetzt bin ich hier das kann ich spitten flutsch 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 das war falsch jetzt habe ich mir schon wieder die füße gebrauchen gibt es doch nicht so bevor das nochmal passiert gehe ich kurz wieder mich heilen und speichern und so weiter irgendwann hat es nervig und ja dich brauche ich gar nicht mehr dich durchgang ich habe jetzt den super tollen teleporter so einmal heilen und dann werde ich mal sagen gucken wir uns um die karte die orte an die beiden grabkammern erst einmal bevor wir da mit dem teleporter rätsel und dem stein weitermachen so hier rum nicht hier rein sondern hier rein was auch immer der hebel gemacht hat so das heißt hier das ignorieren wir mal sondern wir gehen hä was zu höhle ein licht rätsel ein licht rätsel ein licht-rätsel das ist nicht so